Na alle zusammen, mich hier ist wieder Heutela und heute bin ich mal wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute mal wieder so ein kleines Opening-Video. Ich habe wieder ein paar Angelsäckchen gefarmt, insgesamt 10 an der Zahl. Und ich hoffe, dass ich heute mal das letzte Item rausziehe, und zwar diesen Kopf, den ich noch brauche. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal durch. Kiste Nummer 1. Ah, was haben wir denn da? Ein Tagebuch. Können wir das lernen? Ah, okay, das sind diese Fischspuren. Okay, Kiste Nummer 2 ist auch eine Nullnummer. Nummer 3 ist auch nix. Uh, da ist ein Rezept drin. Seriengebunden Kochkunst. Okay, das brauche ich nicht. Nummer 5. Ah, den Krebs habe ich in der letzten Folge schon rausgezogen. Ich dachte mir, vielleicht ist der irgendwas wert. Äh, nein, ist er nicht. Das Ding ist absolut nichts wert. Okay, vier Säcke haben wir noch. Okay, die Quest habe ich letztens auch schon rausgezogen. Voraussetzung nicht, ähm, erfüllt hier. Ein Urgeist. Hm. Ach, komm. Jetzt habe ich insgesamt schon 30 Kisten aufgemacht. Ah, das Ding will einfach nicht droppen, ist das ätzend. Naja, gut. Muss ich noch ein paar mehr farmen. Ein bisschen was habe ich ja hier schon. Und ja, sobald ich wieder ein paar Kisten habe, melde ich mich wieder. Und ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Teller. Bis dahin. Ciao.